und dann schmeiße ich den, glaub ich, mit dem Wasser in den Kissen. Komm schon. Komm schon. Oh, das zum Thema schlauere Kaisen. Ich glaube, ich glaube, ich werde hier da. Okay, den Anfänger. Oh, das denn geht. Boah, man kann sogar um das Schiff einmal drum herum klettern. Das ist ja geil. Die Mission sind ja nur die Schuhe. Ja, das passt doch. Lol, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ey, der kann mich nicht sehen. Der ist offen. Das gibt's nicht. Er ist auf die Seite draufgesprungen und hat mich deswegen gesehen. Ola. Der Offizier ist ein sehr geschicktes Gefühl. Und soll's mit uns auf Patrouille gehen? Das gibt's nicht. Das sind ja auch. Die haben mich nicht nicht, wenn die die Leiche noch nicht gefunden haben. Aber ich hab einmal nur wirklich nur ganz kurz diese Testgenutung ausgesetzt. sie haben ich diese mission So, jetzt nehmen wir den Anruf. So, jetzt nehmen wir den Anruf. So, wir kommen da frei. Passat. So. So, jetzt nehmen wir den Anruf. So, jetzt nehmen wir den Anruf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 die hinschicken Arie Gita automatisch drüber das ist das ist schweiß Scheiße. 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 Ich fange noch befreit und jetzt muss ich nach den Generat. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach zehn Minuten von diesem langen Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Okay, gut. Jetzt kann ich auf den Kuchen gehen. Pflicht das vor, könnte jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Geht doch. Aber sonst schmeißt du mir den Fustor an, der wird aber... Rennst du zurück! Was ist das? Was ist das? Das ist das Beste. 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 nicht sie können es zwei jetzt ist weiter so gut ich hatte gehofft die Anführung morgen meine Männer sind wollen wissen wie es weitergeht aber ich habe keine Antwort ihr allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht sie hat die anderen in Sicherheit gebracht wenn wir sie fänden bekäme ich meine Antwort ich kann nur abwarten und hoffen dass meine wahre Mission bald beginnen wird das ist das ist das ist okay ja die Stadt Boston im Winter Wimtapel 15 17 ja ist wieder in diesem Buch geil